All right, y'all! We're ready to have a party, y'all! So, das war's schon fast für dieses Jahr. Hat euch gefallen! Und hier kommt sie, unsere große CSD-Family, die wir euch auf der Bühne, hinter der Bühne, unter der Bühne gearbeitet haben. Kommt, 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 wir haben Platz auf der Bühne. Kommt alle rein. Und ihr geht schön in die Mitte. Dass wir auch mal die Gesichter zeigen können, die dieses Ereignis möglich gemacht haben. Familie ist das, was wir daraus machen. Und wir haben diese Familie, und das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Und jetzt mal ein ganz großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, an alle Menschen, die dieses Ereignis möglich gemacht haben. Einen Riesenapplaus für unsere CSD-Familie. Vielen, vielen Dank. Außerdem ein großes Dankeschön an die zwei, die letztes Jahr als Künstler engagiert waren, immerhalb des Bühnenprogramms. Und in diesem Jahr haben wir uns gedacht, wen könnten wir besser für unser Moderations-Dream-Team gewinnen, als die coole Erla Kriafeld und den super Holger Edmaier. Unser Dream-Team, vielen, vielen Dank. Das war der Wahnsinn mit euch. Das war wunderbar, wirklich, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich habe das ganz, ganz toll gemacht. Und diese Veranstaltung sehr bereichert. Sehr. Dann möchte ich nochmal ein ganz großes Lob an unsere Technik loswerden. Es waren so viele Künstler da, Bands, Sänger, Sängerinnen. Und es ist nicht immer einfach, den schnellen Wechsel hinzubekommen. Und das haben die Jungs und die Mädels richtig, richtig gut hinbekommen. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist euer Applaus. Und ein großes Dankeschön geht an euch alle, die heute Abend gekommen seid, hier in CSD München, mit der Pride, mit allen Veranstaltungen, zu einer großen, wichtigen und erfolgreichen Veranstaltung gemacht hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart heute Abend. Dankeschön. So, jetzt habe ich noch den Christian, der möchte auch nochmal was sagen. Ja, liebe Freunde, wir waren eine Woche lang eine große CSD-Familie. Und ich darf jetzt im Namen der Veranstaltervereine, SUB-EV, Münchner LZ für Rosaliste und Letra, möchte ich zwei Menschen ganz besonders Dankeschön sagen. Eine Familie braucht immer Oberhüchter, wie man es der eingreift, der organisiert, der dafür sorgt, dass alles so klappt, wie es die Woche über geklappt hat. Und wir haben in unserer CSD-Familie in München zwei ganz besondere Menschen. Den da und die da. Ohne diese beiden würde der CSD nicht so sein, wie er ist. Und deshalb einen großen, großen Applaus für Alex Kluge und Susi Hillebrandt. Für euch jetzt bei diesen. Danke schön, Christian. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Programmteil, der schon angekündigt war. Und ich möchte jetzt übergeben an einen Mann, den ich letztes Jahr kennengelernt habe und von dessen sozialen Engagement ich persönlich sehr, sehr beeindruckt bin. Ein Mann, der weniger an sich denkt, sondern vielmehr an andere und für Rechte kämpft. Und das hat er letztes Jahr begonnen mit seinem Projekt der Initiative 100% Mensch. Den Song habt ihr ja schon gehört, gestern und heute. Und in diesem Jahr gibt es einen neuen Song. Und ja, da kannst du uns doch, glaube ich, ein bisschen was dazu erzählen heute. Vielen Dank, dass du dich so engagierst mit 100% Mensch. Ja, ja, ja. Ich muss hallo gesagt werden. Geht's euch gut? Hatet ihr ein schönes CS-Team-Wochenende? Ich komme mal ganz dicht an euch ran, weil wir hatten jetzt ja wirklich zwei Tage, die vollgestopft waren mit Party, mit Politik, mit Tanz, mit Hubel, mit einem drum und dran. Ich möchte aber dieses Finale den Menschen widmen, die leider nicht so wie wir hier stehen können und demonstrieren können. Ich möchte erstmal von euch allen, schnappt euch bitte einfach mal die Hand, die rechts und links von euch zu greifen ist. Egal, wer da steht, ob ihr ihn kennt oder seht, ist völlig egal. Haltet euch bitte an den Händen. Kann ich die Hände mal sehen? Hebt die Hände bitte mal hoch. Ganz München hält jetzt bitte mal kurz die Hände hoch. Dankeschön. Haltet euch bitte weiter an den Händen. Wir stehen hier in München, in Köln, in Stuttgart, in Berlin, beim CSD München-Gladbach, der dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Wir können auf die Straße gehen und können für unsere Rechte einstehen. In über 70 Ländern auf der Welt ist es leider so, dass Homosexualität immer noch strafrechtlich verfolgt wird. In sieben Ländern werden Schwule, Lesben, Transmenschen umgebracht mit der Todesstrafe. Wir werden ermordet. Das heißt im Klartext, wir werden an Baukränen aufgehängt. Wir werden von hohen Dächern gestoßen. Wir werden gesteinigt. Wir werden enthauptet. Sieben Länder, die einfach nicht verstehen, dass es nur um das Recht zu leben geht. Es geht um die Würde des Menschen. Und 70 Länder verfolgen uns, weil wir lieben oder weil wir sind, wer wir sind. Das muss aufhören. Es reicht aber nicht, zu sagen, ja, das passiert in den und den Ländern. Nein, die Homophobie und Transphobie ist viel näher, als wir uns das wünschen. Und gestern Abend gab es hier in München einen homophoben Übergriff. Marcel, 20 Jahre alt, war aufgedrackt mit einem Freund auf der Demonstration. Er ist auf dem Heimblick am Ostbahnhof von einer Gruppe von 5 bis 6, 8 bis 24-jährigen Menschen angepöbelt worden. Sie sind verfolgt worden, bis nach Hause, bis vor die Haustür. Und dort wurden Marcel und sein Freund zusammengeschlagen. Marcel hat eine Platzwunde am Auge davon getragen. Und jetzt muss geguckt werden, wie mit den Tätern umzugehen ist. Wie wir sehen, die Homophobie ist leider auch hier überall tagtäglich zu erleben. Und deswegen finde ich, es ist ein wunderschönes Bild, wie wir jetzt hier stehen. Habt ihr euch noch an den Händen? Habt ihr euch noch an den Händen hier? Wir stehen hier Seite an Seite gegen Diskriminierung. Wir stehen Seite an Seite gegen Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt. Wir stehen Seite an Seite für Liebe, für Recht und für Respekt. Und solange es noch Väter gibt und Mütter gibt, die nach dem Outing ihrer Kinder sagen, was habe ich falsch gemacht. Solange es noch Länder gibt, in denen wir verfolgt werden. Solange es immer noch Regierungen und Parteien gibt, die glauben, dass wir Menschen zweiter Klasse sind. Oder dass es eine Liebe zweiter Klasse gäbe. Solange werden wir hier weiter stehen. Und solange werden wir weiter kämpfen. Bis auf dem letzten Hinterbänkler klar ist, kein Staat, kein Gesetz, keine Religion kann ändern, wer und was wir sind. Wir sind Mensch. Zu 100 Prozent. Schöpfen! Schöpfen! 7, 7 Reasons to Sail the Moon 7 Reasons just to hold your hand Reasons to despair 77 Reasons for us to sing out loud 77 Reasons for us to fight 77 Reasons to stand strong and proud To come out of the darkest night Into the light Into the light Tell it to the children of Nigeria Tell it to the children of Uganda Tell it to the children of Russia and Arabia There's more to love in this world More than it's true I know 77 reasons we may overcome And love shall be a guiding light 77 doubts for love will keep us strong And even in the darkest night It shines so bright It shines so bright Tell it to the children of Nigeria Tell it to the children of Uganda Tell it to the children of Russia and Arabia There's more to love in this world Tell it to the children of Nigeria Tell it to the children of Uganda Tell it to the children of Russia and Arabia There's more to love in this world No tradition, no religion Can't change the way we are No rule will never break us now We've gotten so far We're gonna celebrate our love And say who we are Be who we are Tell it to the children of Russia and Arabia There's more to love in this world Tell it to the children of Uganda Tell it to the children of Nigeria There's more to love in this world There's more to love in this world There's more to love in this world Der Boy Meets Girl 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 Und einen riesen Applaus, vielen Dankeschön, Ela Querfeld, Kai Ketscher, Daniel Schumacher und Holger Einmaler, Hildes, Dankeschön, und Holger Einmaler, hallo, 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 hallo.